Subta Prasarita Padangusthasana ist die liegende Grätsche mit gefassten Großzehen. Lege dich auf den Rücken, hebe die Beine hoch, fasse mit den Fingern um die Großzehen und gib die Beine immer weiter auseinander. Das ist Subta Prasarita Padangusthasana, Subta heißt liegen, Prasarita heißt auseinandergebreitet oder ausgebreitet, Padangustha sind die Großzehen, Subta Prasarita Padangusthasana die liegende Grätsche mit gefassten Großzehen. Eine ähnliche Stellung, die auch genannt wird als Yaksasana oder auch Subta Konasana.